Uttana Sarpa Godhasana ist die Stellung der kriechenden Eidechse oder auch die Stellung der gestreckten Eidechse. Nila Kanta von Yoga Vidya Berlin zeigt, wie es geht. Diese Stellung ist eine Hüftflexibilitätsübung. Sie ist eine Übung auch, um die tiefen Bauchorgane zu massieren und zu stimulieren. Und wenn du sie dir genauer anschaust, siehst du, so wie eine Eidechse sich fortbewegen könnte, könnte es jetzt weitergehen. Aber es ist ja ein Asana, eine Stellung und deshalb hältst du sie einfach etwas länger und genießt auch die leicht meditative Wirkung dieser doch ziemlich verkrumpften Stellung.